Die beliebten Wildwochen am Lohrihof starten wieder und auch in dieser Saison dürfen sich die Gäste auf ein kulinarisches Feuerwerk freuen. Da wären die klassischen Gerichte wie den Hirschbraten oder das Ragout oder auch was Besonderes, so wie den Hirschrücken auf Hagebuttensoße oder das Milpheu. Das ist ein rosa gebratener Rehrücken in Scheiben angerichtet mit Kartoffelpüree. Aber auch die Vegetarier kommen voll auf ihre Kosten und können aus köstlichen, fleischlosen Gerichten, wie etwa gebackene Steinpilze oder ein Kürbisgulasch wählen. Und was natürlich keinesfalls bei herbstlichen Speisen fehlen darf, ist der passende Wein dazu. Zu eurem Gericht, das Milpheu, empfehle ich euch einen St. Laurent vom Johanneshof Rheinisch aus der Thermenregion in Niederösterreich. Der Wein hat eine typische Waldbärennote und der passt sehr gut zu eurem Essen dazu. Apropos Wein, beim alljährlichen Wildschweinschießen gibt es auch heuer wieder bei drei Treffern eine Flasche Wein zu gewinnen. Köstliches Essen, edle Weine und das in einer gemütlichen Atmosphäre. Herz, was willst du mehr? Wir haben irrsinnig gut gegessen von der Vorspeis bis hin zu Nachspeis. Wir sind sicher nicht das letzte Mal da gewesen, es war ein ganz netter Abend. Na dann, worauf warten Sie noch? Ich hoffe, Sie haben einen Guster gekriegt. Genießen Sie die herrlichen Herbsttage. Genießen Sie ein paar nette Stunden bei uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.